Hallo, ich bin Jakob. Und ich bin Christian. Und diese ist eure Videopräsentation auf Toni Erdmann. Ja. Und in dieser Präsentation willst wir meine Zusammenfassung von Toni Erdmann präsentieren. Und dann haben wir auf Gabe B gewählt, die Dialog mit Ines und Winfried. Ja. Und die Zusammenfassung. Die Filme handelt von Ines und Winfried. Winfried haben seinen Dr. Ines und sie arbeitet in Pukarast. Winfried und Ines haben nicht einander gesehen für viele Jahre, weil Ines in Pukarast leben und Winfried in Deutschland leben. So, wenn Winfried reist nach Pukarast, sie haben nicht einander gesehen für viele Jahre und es ist eine peinliche Bezeichnung. Ja. Aber unterwegs in den Filmen, Winfried lernen Ines besser und besser und Ines lernen Winfried besser und besser. Welcher möchte das Ende gut, weil sie haben eine liebwolle Bezeichnung, als wenn Ines eine Kindheit war. Und dann haben wir die Dialoge mit Ines und Winfried. Aber es ist sehr seriös und Winfried macht nichts Witzes zu machen. Und ich bin Ines und Christian bin Winfried. Ja. Hallo Winfried. Hallo Ines. Wie geht's? Alles klar, aber meine Tage ist sehr langweilig und ich bin gestresst. Oh, es ist peinlich. Was ist dein Job? Ich bin eine Karrierefrau, aber es ist einstrengend für Arbeit, für ein Büro. Bist du ständig Lehrer? Ja, aber ich bin alt. Ich habe von Pension gedenkt für so ein Jahrinnahmen. Pension? Ja. Aber du bist in sehr gut Form. Ich kann nicht deine Erinnerung, deine Alter, aber du halst an dir gut. Oh, danke. Ich bin 68 Jahre alt. Und ich kannte Ihren Alter, ihre Erinnerung. Du bist 48 Jahre alt. Ähm, ja. Die Zeit geht so schnell. Wo hast alle diese Jahre gehst, Vater? Ja, du hast Arbeit zu viel hier in Burast und ich habe zu Hause gewohnt. Ähm, nehmt frei und komm zu Hause. Ja. Aber ich habe einen Job, Vater. Äh, es kann nicht zu Hause jetzt kommen. Ich habe viele Aufgaben auf meinem Arbeitsplatz. Und mein Chef ist sehr streng und, äh, und ist mit Ordnung. Ich sehe es lange Zeit, du hast zu Hause, wenn wir, wie vermissen dich. Äh, die Einige, die ich kenne, würde nicht wählen sein Job über seine Familie. Aber die Einige, du kennest, ich sehe es nicht mehr, Vater. Ich bin erwartierend nur. Hm, das ist traurig zu denken auf. Du willst immer meine kleine Tochter werden. Und du willst immer meine Vater werden. Aber ich muss gehen nur. Ich habe einen Treffen. Tschüss. Tschüss, Ines. Und das war, 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 ihr, war euer, ja, Video, passen Sie sich herunter. Von Tony Aertmann. Von Tony Aertmann.